Und heute dabei der Herr-Berserker und seine zwei Frau-Berserker. Ja. Wird ne Berserker-Runde. Und ein Samurai. Also es gibt ja hier drei Fraktionen, falls ihr es noch nicht mitgekriegt habt. Die Samurai, denke ich mal. Also die japanischen Krieger. Dann halt die Wikinger, die Nordmänner, sozusagen. Und die Ritter. Die typischen. Und, naja. Wer aus dem Norden kommt, spielt halt die Wikinger. Ist üblich. Und ich hab mal den Berserker dabei. Nicht den Kriegs-Fürst, wie man ihn schimpft. Im Gegnerteam auch ein Berserker, ein Samurai, zwei Ritter. Wollen wir mal schauen, ob wir mit unseren Axtmördern übelst abgehen. Ich meine, wir haben welche Level 7, Level 10. Und der ist schon Level Sternchen, Dingsbums 1. Wir sind Level 1. Mal gucken, ob der Server diesmal nicht abscheißt. Ist mir in letzter Zeit ganz oft passiert. Wir wollen mal reinschauen. Das ist die Map. Am Citadelendor. D-d-d. Von mir aus kann es losgehen. Also ich wäre soweit. Hallo? Heute noch? Ähm. Mhm. 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 Ja, liebe Freunde. Das sind so Wartezeiten. Ist halt eine Beta, ne? Kann auch ein bisschen länger dauern. Vor allem müssen wir ja alle synchronisiert werden. Und wenn da einer ein Bobo-PC hat. Oder ne Bambusleitung. Ich meine, ich hab ja auch ne Bambusleitung, wenn man so will. Ja, mit der Axtmier Sicht, Junge. Angriff. Kriech. Wir sind die blauen Peoples. Wie komm ich ohne zu sterben? Schnell nach A. Hier geht's hoch. Zone A eingenommen. Wir kriegen auch bestimmt gleich... Da drüben stehe ich auch schon. Ne. C verloren. Achso, das ist bei denen, dass das dicht dran ist. Okay. Umkämpft ist halt B. Wo sind... Okay. Die laufen alle da hinten lang. Da brauchen wir mehr Unterstützung. Schnell. Der schafft das doch nicht alleine. Ich will hier wiederbeleben. Komm, aufstehen. So sieht das nämlich aus. So läuft das hier bei uns. Ist das einer von uns? Nein. Oh. Samurai. Zerhackt und zerstückelt wird hier. Arida. Nicht der Riddler, sondern ein Ritter. Ah, zwei. Okay. Jetzt bin ich gestorben. Könnte ich eventuell wiederbelebt werden? Mates? Nein. Vielleicht so ein bisschen? Nein? Okay. Dann spawne ich. Zone A verloren. Die hole ich mir wieder. Zone C verloren. Alter. Jetzt eskaliert es aber ein bisschen, oder? Da läuft einer. Mehr. Warum geht gerade nichts? Was ist hier los? Ich kann nichts machen. Ich konnte gerade nichts machen. Ich weiß nicht, warum, aber es ging nicht. Kann mich mal einer... Ich kann... Hallo? Ja. Ich kann... Ich kann... Ich kann... Ja, da bin ich irgendwie so ein bisschen rausgeflogen aus dem Game. Weil mein Computer meinte, ey, Ebsen hat ein paar neue Produkte. Schau da doch mal rein. sheep. Ich kann... Ich kann das nicht sagen. Ich kann mich nicht. Ich kann das nicht ansehen. Ich kann das nicht ansehen. Ich kann das nicht wissen. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Minions. Jetzt muss ich mal ein Stück A haben wir B Ah, die kämpfen da oben um C Da sind aber zu viele davon Von den Bobus So, komm, nicht wegrennen, hoch da Ein Ritter Okay, die sind zu zweit Sehr nice Sehr geil Okay, ich wurde Ich wurde von einem Teammate gekillt Danke Ich wurde von einem Teammate geholt und wiederbelebt, immerhin Ja, sehr geil Ah, seht ihr das da hinten? Die laufen da hinten rum, die machen Dinge Das geht so nicht Wir haben B verloren Also wieder in der Mitte durch die Minions Minions klatschen Richtig reinzimmern hier Was? Ach, von hinten Da läuft er Ach, das ist ein Teammate Sorry Manchmal bin ich auch ein bisschen Ein bisschen neben der Spur Du kannst nicht A holen Ich glaub, da sind drei von uns Da brauch ich nicht rangehen Ah, Leben oder Tod Muss mal gucken Mates Dort hinten Dort hinten Da ist einer Okay Bin ich hier nicht alleine Das ist nämlich wichtig Boah, ich bin gestorben Aber ich glaub, er auch Cool, wenn mich einer wiederbelebt Nee, macht keiner Dann spawn ich halt Wenn mich keiner retten will Uiuiui Da hinten ist die Hölle los Da muss Da geh ich mal hin Vielleicht bringt's auch nichts Aber ich lauf da mal hin I'm helping you Nein, heb die nicht wieder auf Komm Und Zack So läuft das bei uns im Auenland Gewonnen Ja Was haben wir Ein Ziel Neun Kills Vier Tode Wir waren nicht so geil Aber Hat sich schon schön gespielt Hat Spaß gemacht Oh, neues Teil für die Axt Und Level 2 erreicht Mit dem Berserker Schön Schön Ja, das war doch mal geil, oder? Also, bis zum nächsten Mal Wenn wir wieder In die For Honor Beta hüpfen Also, haut rein Bis denn Ja, das war doch mal geil, oder? Bis denn Bis denn